So, da leher, da haben wir es ja bald wieder. Das mit den Müllbergen kriegen wir sicher bald hin. Einwohnerzahl steigt ja auch schön. Bei 22.000 kriegen wir unser drittes Darlehen, das weiß ich. Und ja, aber... Jetzt nochmal Müllverbrennung in die Hand nehmen. Und diese 30.000 da drüben hin bauen halt. So, eine und so eine schöne Reihe. Genau so. Wollen wir noch so ganz brauchen? Oh, ja, ja, ja. Okay. Okay, ich möchte nämlich schon was... Ja, bauen wir noch eins, würde ich sagen. Dann haben wir es jetzt im grünen Bereich. Und vielleicht sogar so, dass man abbauen kann. Okay. Sollte. 25.000 Spoiler nachher. 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 um daher ist zum Beispiel gut bereich so was immer schön Okay. Das Größen hat 60.000, das werden wir heute gleich haben. Die Feuergefahr muss sinken wirklich. Okay. So, warum wir das gemacht haben ist einfach. Da ziehen jetzt Leute aus und ziehen aber gleich natürlich mehr ein. Drei durch 200. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Das ist gut auf jeden Fall, dass sich das entleert. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut auf jeden Fall. 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 Das ist gut auf jeden Fall auf jeden Fall. Das ist gut auf jeden Fall. Das ist ein Mensch. Untertitelung des ZDF, 2020 So schon Aber halt einmal 22.000 So da kommt nämlich dann wasser und ja das hat gekostet aber ich möchte das wirklich machen denn ich finde das ganz cool diese idee und ich glaube wirtschaftlich zahlt sich sowas natürlich auch aus so ein fußballstadion aber dumm eigentlich warum machen wir das ich sag dazu jetzt nichts tut mir echt hart so Okay. Okay. Ich finde, das ist der perfekte Platz für dieses Stadion. So, 200.000 haben wir gleich. Was haben wir erst einmal in 200.000 200.000? 16.6. 16. So. Okay, ist okay für mich. Okay, das ist gut. Das war's. Das macht. Das war's. Das war eine Kesslerstation. Das war's. 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 Das war's.